Okay, auf ein neues. Die Route ist erstellt und wir hoffentlich haben wir das jetzt mal. Nächster Halten. Steineck. Ost. Ich brauche eine Fahrkarte. So, okay. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Danke. Ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja. So. Nächster Halten. Steineck. Steineck. West. Steineck. West. Na gut. Ah, hier mit der Schachtschlacher. Nächster Halten. Steineck. West. So. Wiedersehen. Tschüssi. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard 1. In die Frise kann man nicht mal normale Beträge nehmen. So. Nächster Halten. Steineck. Kirche. So. Steineck. Kirche. Dann hören wir mal, dass das jetzt die richtige Route endlich ist. Und wir dann quasi weitermachen können. Hey, ich bin mittig drüber gefahren, ja. Das kann kein Problem sein. So, dann mache ich jetzt gleich mal die Befindlichkeitsberater rein. Das war genau die 50 Seiten, dass ich hier Vollgas geben kann, quasi. Ohne Gefagel zu laufen, geblitzt zu werden. Dann. Nächster Halten. Steineck. Kirche. Absolut kündlich. Danke sehr. Eine Fahrkarte bitte. Standard. Einzelwoche. Standard. Danke. So, die Frage ist, ob ich hier jetzt mit Vollgas fahren kann. Oder ja, die jeweilige Maximalgeschwindigkeit einsetzt. Ja, komm rüber. Ach, leck mich doch. Nee, Corona. So. Ich gebe es auf Vollgas, aber drüber kommt. Ne, der bleibt genau auf der 69. Okay. 70. Okay, man sollte nicht mal zu schnell sein. So, alle mal reinsteigen. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Noch eine Senior. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du. Woche Senior 2. So. So, ich bremse mich jetzt unterhalb bei den 50 hier aus. Ja. 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 Genau jetzt kommt der Zug rüber. Das hatten wir auch noch nicht. Klong. Ach, fickt dich doch, ey. Ja. Es ist nicht mein Tag gerade. Da war der Zug. Und jetzt geht's weiter. Das ist der nächste, glaube ich, oder? Also, ich muss sich wieder umgegenfahren. Und ja, wenn der zu schnell umgegenfährt, dann kann das passieren, dass der Bus kaputt ist. Das ist mir nämlich eben passiert, auf Screen. Das ist halt auch gleich, wo die Stelle war. Na, die wollen halt hier raus. Sehr gut. Was habe ich denn jetzt schon da gerammt? Wofür zur Hölle? Ich glaube, ich war wieder mit dem normalen Bus. Ich war viel zu viele Unfälle mit dem Ding hier. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, gerade, dass ich noch über die grüne Ampel komme. So. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Woche. Standard 1. So. Tür zu. In meinem Bus kommt keiner mehr rein. Ich habe kein Problem, wie ich auf den Dörgler. Ich hoffe, dass ihr alle Fahrkarten habt. Ja, Pech gehabt. So. Ein Schwarzfahrer. Na ja. Sehr froh, nächstes Mal sind es 500. Augenblick. Ah, jetzt hast du auf einmal eine. Sehr froh. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier schön langsam reinfahre in die Ecke. Weil hier vorne steht nämlich ein LKW und ich muss da gucken, wenn ich da rumkomme. Ja, aber passt. Die Stelle, wo ich jetzt bin, war glaube ich genau vor der nächsten Haltestelle, vor der nächsten Links hat mich irgendwas ausgewichen und dann hat es geknallt. Ich glaube, hier war das. Ich glaube, hier war das. Ja, war auch die Stelle. Das war hier ein dieser Laternenmasten. Da war ich hier rum, da war ich zu schnell. Hier, die sind wir da. Was war das? Ne, warte mal. Hier, der hier war es. Genau. Kurz vor der Haltestelle. Ja, das war auch super, super. Naja, passiert. Ja, diesmal ja. Eine Fahrkarte, bitte. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, darfst du. So, zwölf Euro noch. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Fahrkarte. Hoch 1 auf 10. So. Das ist noch nicht mehr so verhaltlich. Das ist ein Pech gehabt. Du bleibst hier stehen, Kollege. Wenn wir uns mal in meinem Bus zu kassieren, das hier kassiert 20.000. Hallo. Mein Gott, umso häufiger man ihn erzählt, umso unlustiger wird der. So, okay. Dann gehen wir schon nach, Kollege. Sonst kann ich für nichts garantieren. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt die richtige Straße haben. Hallo, du hast dich einfach hingesetzt. Das geht nicht. Ich muss mal Fack hat und so her. Du hast dich hier gestellt. Ah, Gott sei Dank. Du hast auch alle eine Fahrkarte. Sehr geil. Sehr gut. Alle sind so vorbildlich. Habe ich hier... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja. Kann passieren. So. Weiter geht's. Hoppaduf. Das könnte jetzt halbisch her sein. Oh, jetzt habe ich eine verriegelte Tür. Ja, na, ja, ja, ja. Passiert. Türspülgesperren. Das war wahrscheinlich hinten die Tür irgendwo. Ja, hier. Das ist mir schon mal irgendwo in der Folge passiert. Da habe ich es einfach nicht gerafft. Weißt du, was Sache war? Was ist denn für eine scheiß Tür, die verriegelt? Wir sind gleich eh da. Ja, nervt mich nicht. Nächster Hall, Hauptbahn, Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Ich mache die Tür mal auf und dann weiß ich, ob welches ist. Vorne die. Oder was? Welche Tür ist denn da zugeblieben? Wahrscheinlich vorne. Ah, die sind wirklich entsperrt. Nein, egal. Schass auf. So, jetzt machen wir die mal zu. Ich wette, dass ich jetzt auch raus muss und die raus... Äh. Da kann ich mich zum Beispiel mal am Feierabend, ey. Das bringt gerade irgendwie gar nichts. So, Vater brechen. Ich weiß auch immer, weil ich hier eine scheiß Kollision hatte. Warum auch immer ich diese tausend irgendwas kassiert habe. Ja, egal. So, weiter. Streckenplaner. Haben wir diese jetzt endlich? Wer will mir sagen, ich habe die immer noch nicht. Ey, wofür fahre ich den Scheiß? Ernsthaft? Ich habe die immer noch nicht. Offiziell. Hä? Alter, ich schwöre, die... Das ist das Spiel manchmal. Habe ich die nicht... Wieso habe ich die da nicht drin gehabt? Das ist aber... Nein, danke. Nur zum Fahrer haben wir eine Strecke. Gut, das ist die hier. Die habe ich doch auch, die Strecke. Warte mal. Steineck-Ost. Los geht's. Die, die. Hier um die Kurve. Hohe Straße. Das ist die Strecke jedoch. Oder nicht? Oder nicht? Dieses Scheiß-Ding hat einen Bug. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Die habe ich aber auch genommen. Egal. Egal. Ist alles drum. Egal. Das war ich. Und das ist das auch.